Forgett Abbotnik oder wie ärgere ich meine Ex-Frauen? Die Ex-Frau des eigenen Mannes, eine Person, mit der man nicht unbedingt viel zu tun haben will. Doch in ihrem neuen Film Forgett Abbotnik spannt Margarethe von Toronto ausgerechnet zwei Frauen zusammen, die beide mal mit dem gleichen Typen verheiratet waren, mit Nick. Als sie sich von Jade trennt, schenkt er ihr zum Abschied die Hälfte einer Luxuswohnung in New York. Dumm nur, dass die andere Hälfte nix erste Ex-Frau Maria gehört. Katja Riemann und Ingrid Bolzow mit Schrägstrich Bergdahl spielen diese beiden Ex-Frauen, von denen keiner nachgeben will. Als Jade bei Maria einzieht, beginnt eine heftige Auseinandersetzung, verletzend, absurd, anrührend und mitunter auch ziemlich komisch. Forgett Abbotnik, Deutschland-USA 2017, 110 Min, FSK ab 0, von Margarethe von Tutter, mit Katja Riemann, Ingrid Bolzow mit Schrägstrich Bergdahl und Haluk Bilgina. Dreier, das Wochenende.